Landesschwelle Thüringen Also, dieses ist unser Sportgerät für heute. Es handelt sich um die nicht-olympische Disziplin. 20 Meter stehen. Ziel des Ganzen ist es, schnellstmöglich, ohne sich groß zu bewegen, 20 Meter zurückzulegen. Das heißt, Timo macht das Ganze mal vor, wir stehen auf einem Skateboard. Wenn es geht, Timo hat sich bestens vorbereitet, einigermaßen ruhig. Und dazu gibt es einen Anschieber, bestens ausgewählt von uns, der uns die 20 Meter schiebt, damit wir nur stehen. Herrlich, Hartmann, ganz herrlich. Das wäre grau oder schmetterlich. 20 Meter stehen, aufgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, Gleichgewicht ist nicht unbedingt... Also, Gewicht habe ich, aber Gleichgewicht halt nicht. Das ist das Problem an dieser Stelle. Landeswelle Thüringen Wir müssen die 20 Meter schiebt, wie wir ja ausprobieren. Wir müssen die 20 Meter schiebt, wie wir es verweisen, aber zu sehen, dass wir die 21 Meter schiebt, wie wir es jetzt auch nicht bewegen. Wir müssen die 20 Meter schiebt. Vielen Dank.